popolino alter die sieht echt nice aus aber ich mag sie einfach nicht ja weil die halt ziemlich viel ruckelt 249 fps habe ich hier da hast du kein fps limit drin sollte ich den mal rein machen ja das kann zurückladen schade dann ändere ich das klar gleich wenn v nicht an ist das kann echt zurückladen führen weil der monitor dann einfach zu viele frames darstellen wir uns nicht schafft 247 durch 250 durchschnitt siehst du ja sowieso nicht die frames und du kannst ja nur 60 abspielen sieht das geil aus an einer haut was war das in gottes nö dieser forsten und gleich sagt er danke video vertikale synchronisation habe ich jetzt doch mal trotzdem vielleicht hast du einfach eingestellt 250 ach das kann angehen maximal so viele frames das kann sein wenn du da ein tor machst oder auch nicht schade ich hatte auch nicht das richtige am starten ich hätte nicht stehen bleiben dürfen äh oh lass mich hin lass mich hin lass mich hin lass mich hin mach ich den eben rein genau das gleiche hatte ich auch Mr. Susan gut jetzt haben wir wenigstens Zeit achso ich muss auch auf übernehmen klicken 20 fps ahja ok jetzt 60 fps alter kann ich jetzt bitte mal endlich auf den boden der teile nein zu früh ich habe gar nicht gewusst dass du stacheln hattest ich sehe leider nichts ich habe nichts gesehen der Ball war wieder so behindert das nervt boah alter was ist der gerade unter mir explodiert ja entschuldigung hab das gefühl dadurch bin ich irgendwie ein bisschen ja NEIN ah schade wenn er nicht gegen den Deckel gekommen wäre dann wäre er ziemlich gut gekommen er ich hätte es gelassen wenn er noch reingegangen wäre ich hätte es gelassen wenn er noch reingegangen wäre hallo hehehe hä oh alter was oh die kriegt ja voll auf die läuft besser irgendwie hast du auf 60 fps ja ok schade manchmal habe ich sogar krasse 61 ja das ist echt übertrieben dann habe ich ein feeling weiß dass ich ich hab den ein abgelenkt und dann kam zu jetzt habe ich noch mal stacheln bekommen und mann heute ist valentinstag heute waldetag gibt es ja auch wieder was neuer hot rod ist heute rausgekommen ach ja stimmt interessiert auch so lieber kost 829 million ja auch wenn es übertrieben ja anhand der jetzt noch geld ausgibt für gta 5 ist und so selber schuldig ja das ist der ist aber selber schuld deswegen will ich das auch ehrlich gar nicht mehr spielen weil es ist preise sind einfach nur völlig übertrieben die sachen die daraus kommt völlig übertrieben ja es ist auch das spiel ist auch also ich finde es auch ganz ehrlich ich würde mich nicht mal es wird leider absolut tot mit müll tot zugestopft also ja total weiter weiter reicht aber nicht reicht ja nicht wenn ich einen abgriff also wenn ich halt so zigtausen autos reingebracht hätten dann dass wir in ordnung ist aber halt nicht so was mit autos die waffen tragen also und fliegen können und wie ein uhrboot fungieren und dann auch noch leben können wie so ein wie so ein verkacktes raumschiff das ist das ist nicht geht ja naja der trick bei dem spiel ist einfach hätten sie mal nicht so gemacht dass alles 924 million kostet ja das ist auch noch so das problem ist einfach nur völlig überteuert ja und man hat nicht die möglichkeit als generell als einzelspieler hat man überhaupt gar keine chance irgendwie an das geld zu kommen weil nicht genug auf jeden fall naja und dann muss man rein finde ich dann habe ich schon gesagt man muss weiter was ist mit unserem kollegen los dass er und mega krass du aber auch mit einem platzverhältnissen platzverhältnissen was platzbedürfnis ist das spiel verlassen okay ja gut warum auch nicht wer will schon gewinnen das ist kacke ich hab ein einhornhorn einhornhorni horny 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 einhornhorn was das spiel ich hier noch mehr wenn ich bin ich hier noch ja also heute ist valentinstag da muss ich ein bisschen fitter sein und punkt 8 muss ich wach sein wieso willst du sarata begrüßen oder was warum soll ich denn das machen halt nur weil er walle heiße das ist ja nicht der walle dienstag sondern der walle dienstag ja walle dienstag hab ich mir gesagt ne will ich frühstück machen gibt morgen zimtschnecken ne flasche asti im frühstück ne rose ne kerze ne alles so standard ja alter was glaubst du denn was ich da mache wir sind seit über zwölf jahren zusammen wir sollen glücklich sein dass ich hier keine ahnung frühstück mach also ich befinde nämlich nicht mehr auf steam schon wieder der gleiche fehler das darf doch nicht sein äh du hast das spiel verlassen aber spielst du noch gerade ja natürlich das ist wieder der gleiche fehler das ist also irgendwie verstehe ich nicht das ist haargenau der gleiche kack nochmal ist das vielleicht sogar die gleiche uhrzeit ne das lässt sich aber war nur aber komische auch man könnte man mich mal ein wohl lassen jetzt ich hab den ich hab den abgelenkt deswegen ging er hat er keine chance ja blubert alter blubert alter stacheln und fastenhunde au boah schade oh shit der war gut guing uaaaaaaaaaah das war ja auch eine geile Packkamera Perspektive halt klar der Ball wird größer der Ball wird kleiner und dann plötzlich ploppt da ein Hähnchen auf hehehehehe oh der kam unglaublich eklig wieder was? Parade, Jo? Nein, ich habe den Scheiße hier getauscht. Schade, den hätte ich besser tauschen müssen. Du Klingonimos, Alter. Geh dich, Explosivi. Unser Kollege ist ein krasser Sound, Alter, der hört sich an wie so eine Hornisse. Entschuldigung. Alter, was war das für ein Ruggler? Bei mir war diesmal kein Ruggler. Boah, aber ein Hardcore-Ruggler. Einmal sterben, Ruggler. Boah, Alter, der hat sich aber herangezogen, wie geht das denn? Wie, die Explosivi. Aber ich bin nicht online bei Steam, das gibst du nicht. Bist du online? Mach mal Shift-Tab. Ja, obwohl, null online. Ja, siehst du, bist auch offline. Ja, das doch, ich bin offline. Ist auf jeden Fall ein Steam-Problem. Was haben die denn da an dauernd für Probleme? Fickt euch Steam, Fickt euch Rocket League, Alter. Was? Daunt haben nicht Probleme und Fehler und LSF. Kann das nicht einmal ordentlich gehen? Wulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Oh, Alter. Hättest du ruhig lassen können. Ja, das war Reflex-Wix. Oh. Alter, Pro-Bock. Ja, ist er gut. Alter, hattest du auch gerade eine Fehlermeldung gehabt? Nee, ich hab keine Fehlermeldung gehabt. Ich hab die Meldung gehabt, dass du online müsstest. Ja, okay. Ich musste gerade hier irgendwas bestätigen. Okay, ja, das hattest du doch das letzte Mal auch. Aber ich nicht. Gibt's doch nicht. Das ist ja komisch. Na, oh. Schade. Achso, puh. Ich hab ihm Turbo gegeben. Jetzt könnte ich mal Turbo gebrauchen. Oh, schade. Alter. Nein, Alter. Die Reichweite. Genau in dem Zehntelsekunde, wo ich gedrückt hab, Alter, ist er auf einmal weg. Wurde ich getauscht? Das ist ja eklig. Komm her. Tschöjjoll. Oh. 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 Oh Gott. Nee. Nee, nee. Nee, nee. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder online. Dann. Herr Mahler, hör mal. Harry. Was los mit mir? Oh. Dieser, dieser Bluebeard, ne? Ich mag ihn nicht. Oh, ich hab auch. Willst du sehen? Nein, hier. Oh, ja. Schön gemacht. Boah, alter Scheiß. Windwegsein. Trau. Was ist das denn für ein komischer Sound? Wauwauwauwauwauwauwau. Was? Ja, ich hab den Magnetenten erwarscht. Du Pisser. Arzt, ich hab den Magnetenten erwarscht. Du Pisser. Ah, schön gemacht von uns beiden. Ja, Alter. T-Armburg. Was? T-Armburg. Achso, T-Armburg. Achso, T-Armburg, ja. Schön. Der kommt aber richtig. Nein. Oh. Den hat er noch gekriegt. Was? Ja. Glaube ich nicht doch. Nochmal ein Redo. Das war scheiße. Oh. 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 Achso, das bist du? Der Mohari. Das war nicht gut. Oh. 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 Das war nicht gut. Oh. Kein Tuch. Oh. Oh. Das war... Boah. Alter Schwiergel. Hat aber nice gefangen. Ich hab mich einfach schon mal gesprungen. Au. Oh. Ich krieg... Das gibt's doch nicht. Scha... Oh. Oh. Nö. 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 Oh, sauber. Ja. Oh. Ich hab grad in dem Moment Boxhanschuhe bekommen. Boah, war das Glück. Danke, 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 Alter. Boah, war das Glück. Oh. Alter. Guck. Wack 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 wack. Dieser Dereft, der hat so nen komischen Sound, ey. Wack 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 wack. Ja, irgendwie... Den hörten wir freilandzeiten. Wack wall wack wack w ano. Alter, tun sie sich beide da an, Pimo. Oh, oh. Oh, neinylyeimiiiieiiin!! Alter, Pass. Warum hab ich den denn getroffen, ich glaub's nicht? Moii. mich abgelenkt, weil ich den nicht gekriegt habe. Ich bin zu weit... Oh, schade. Hatsu, ich bin schon abgedriffen. Schade. Schon am Abgriff gewesen, Mann. Das ist ja bitter. Ja, was für eine Action. Ja, voller Bob-Dancen. Ah, herrlich. Nein. Kann ich mir die Spielerwahlkiste aber angucken, Alter. Ich hab die ja seit 100 Jahren nicht gekriegt. Blass. Hast du ein Wilderung? Achso, ja. Ach, der Müller, ja, ja. Shibuya, Breakout Shibuya sieht aber echt cool aus. Aber ich glaube, das hab ich schon, ne? Wieso ist hier bei meinem Octane ZSR so ein komisches Logo? Hä? Alter, dieses Gespenst sieht aber nicht schlecht aus. Und Digitron auch, Alter. Heatwave auch schön. Äh, man sieht wenigstens jetzt mal die ganzen wie heißt das, Schwarzmarkt-Dinger, deswegen. Ja. Finde ich ganz cool. Und man kann ja auch mittlerweile jetzt Filter. Also Filtern. Qualität. Schwarzmarkt. Drei Schwarzmarkt-Dinger hab ich. Ich nicht, ich hab nicht rein. Zwei exotische Dinger hab ich. Und zwölf Import-Dinger. Hä? Hä? Ach ja, ich hab ja zweimal den Cent, Dio. Ich hab fünf exotische. Boah. Fünfzehn im Port. Boah. Neunundzwanzig sehr selten. Boah, was? Und 36 selten. Boah, was? 42 selten. Ja, Alter, du spinnst doch. Ja, 42 sehr selten. Hallo. Was sind da alles drin? Ja, was, wenn man die wenigstens tauschen könnte, ne? Alter. Die ganzen Schlangenhäute hier. God, bei O-Game drehen sie durch, ne? Ich hab, äh, für einen Roadhog-Schlangenhaut Jäger. Na gut, dreimal Dominos. X-Devil Dominos. Für den Dominos zweimal, äh. Ist das denn ernst, Alter? Wieso müssen die denn stundenlang schreiben, da? 500 Nachrichten, ne? Ja gut, ich würd mal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.